24. Mai 2018 11.23 Maximilian Matera darf auch beim Gary Weber Open aufschlagen Tennis-Profi Maximilian Matera hat für die Gary Weber Open im Westfälischen Halle eine Wildcard erhalten. Damit honorieren die Veranstalter die zuletzt starken Leistungen des 22 Jahre alten Nürnbergers, der sich in der Weltrangliste bis auf Platz 69 vorgearbeitet hat. Zuvor hatte bereits Lokal-Matador Jan Lennart Struf eine Wildcard für das Rasen-Event vom 18. bis 24. Juni erhalten. Punkt. Der Warsteiner wird zusammen mit seinem Davies-Cup-Kollegen Timpitz zudem in der Doppelkonkurrenz dabei sein.